Gleich mal vorweg, Pressekonferenz an Silvester und Arbeiten auch ungewöhnlich für Sie. Würden Sie jetzt normalerweise beim Edeka in der Schlange stehen oder was wäre eigentlich der Plan? Im Schnee wäre ich jetzt und würde nicht in der Schlange stehen. Also normalerweise sowas traditionell und würde irgendwo den Berg hochlaufen. Aber jetzt probieren wir halt Hoferheim zu erobern gewissermaßen oder hochzulaufen.